Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Frucht für Frucht, damit sie so bleiben, wie die Natur sie gibt, nämlich zart, saftig und gesund, denn Pfirschen haben nebst den Aufbaustoffen auch viel Vitamine. Alle Pfirschen werden streng kontrolliert und verlesen, auf weichen Bürsten sorgfältig reinigt und schliesslich liebevoll verkaufsgerecht verpackt. Nur die Besten gehen sofort auf die Reise in die Schweiz. Ein solcher Camion bringt zwölf Tonnen Pfirschen und ist die ganze Nacht unterwegs. Und morgen sind sie schon da, die zarten, saftigen Pfirschen und erst noch zu günstigen Tagespreisen. Denn das ist unser Prinzip, heute geärmtet und morgen in ihrem Kobladen. Eine echte Koop-Leistung. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Koop zwei Dosen Sweet Corn Midi, statt 2 Franken nur 1,50. Und ein Liter Schokotrink Koop für nur 95 Krapen. 200 Gramm Moccafé für nur 6 Franken 50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Himbeerroulade statt 2,70 nur 2,40. Und ein Liter Sinalco statt 1,35 nur 95 Krapen. Ein Kilogramm französische Milone für nur 3 Franken. Und als aktueller Preisschlager drei Packungen Melitta-Filter, 102 für nur 1,60. Und drei Packungen Melitta-Filter, einmal 4, für nur 2,20. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.